Ich würde Ihnen gerne Arttext vorstellen. Arttext von V-Light ist für mich eines der besten Titelsatz-Geräte oder eine Titelsatz-Software. Ich bin hier auf der Webseite und Sie sehen, Sie können die Software für 30 Dollar erwerben. Natürlich kann man sie auch im Apple Store herunterladen. Wie sieht das aus? Sie können hier ein Video anschauen, das machen wir jetzt nicht. Aber Sie haben unzählige Materialien und Styles, die Sie anwenden können. Sie haben dann 3D, 2D Texte und alles Vorgegebene. Sie können mit Masken arbeiten, mit sogenannten Shadings, mit Fototexturen. Sie können die Texte verbiegen oder squeezen, das geht alles. Und hier sehen Sie mal eine Übersicht, was alles möglich ist. Und ich kann Ihnen garantieren, Sie können fast alles anpassen. Im ersten Video mache ich jetzt nur mal eine Übersicht, was generell geht. Und dann passen wir, wie gesagt, alles an. Hier können Sie noch hin und her fahren, dass Sie sehen, wie sieht das aus. Dann ein paar Key Feature, was alles geht. Hier noch ein Beispiel. Wenn Sie weiter unten sind, haben Sie noch einige Tutorials. Hier haben Sie Beispiele und die können Sie auch runterladen. Gut, ich starte jetzt mal Art Text. Und wenn ich das starte, kommt so ein Übersichtsbeispiel. Auch hier habe ich Beispiele. Die kann ich mir anschauen. Sie können hier oben wählen von 3D-Sachen, 2D-Grafiken, Logos geht und so weiter. Also ich kann jetzt mal etwas anklicken und kann es dann auswählen. Und sofort wird mir das geladen und ich kann das wieder anpassen und nach meinen Bedürfnissen abändern. Gut, ich schliesse das mal jetzt und mache einfach ein neues Dokument. Wenn ich das erstellt habe, habe ich eigentlich ein paar Einstellungsmerkmale. Hier unten, ganz unten links, sehen Sie die Grösse. Die können Sie hier einstellen. Sie haben die Möglichkeiten von Pixel über Punkt, über Zoll zu Zentimetern. Was Sie da machen können, Sie können das Objekt immer automatisch der Grösse anpassen. Also es geht auch noch im Nachhinein, die Grösse anpassen zu lassen oder die Dokumentgrösse zu ändern. Das Ganze ist zwar Pixel, aber die Auflösung ist so gut, dass ich die wirklich auch in einem gedruckten Dokument brauchen kann. Bestätige das mal ganz kurz und wir sehen wirklich nur, was jetzt im Moment geht. Hier oben links haben Sie die Reiter. Ich bin jetzt auf Einfach. Sobald ich das anklicke, kommt das in der Farbe, in dem Text, der da hinterlegt ist. Dann haben wir die Möglichkeiten, zwei der Überschriften zu machen. Auch hier kann ich draufklicken. Wie gesagt, zeige ich noch, alles ist abendebar. Aber Sie sehen hier wirklich geniale Sachen. Ich kann jetzt hier auf dieses Paint klicken. Zum Teil lädt er Ihnen die Schrift auch herunter. Ich überspringe das jetzt. Dann sieht das einfach so aus. Dann haben wir drei der Überschriften. Auch hier können Sie Jens das anklicken. Und mal schauen, wie es geht. Und ich werde Ihnen zeigen, was da noch alles möglich ist. Dann haben Sie die Möglichkeit, über Tasten und Icons auch solche hinzuzufügen. Irgendwelche Grunge-Sachen geht noch. Dann, wie gesagt, haben wir hier Jens die Einstellungsmöglichkeiten. Sie können selbst Bilder nehmen. Aber das zeige ich dann noch alles. Am Schluss gehen Sie nach unten rechts auf dieses Symbol. Und das können Sie jetzt in eine Zwischenablage kopieren. Was bei uns wichtig ist, ist eigentlich die Datei. Und dann habe ich die Möglichkeit, das aus PDF zu speichern, aus TIFF geht. Auch da kann ich die Auflösung aus PNG. Auch da kann ich die Auslösung angeben. Also recht viel. So, das mal eine ganz kleine Übersicht. Und jetzt gehen wir dann in die Details. Bis zum nächsten Mal.